ja und damit herzlich willkommen zurück zu assassin's creed origins hier bei explorer.ep schön dass du eingeschaltet hast wir sind vor alexandria und erkunden mal alcatraz die insel hier haben wir drei sehenswürdigkeiten plus ein schnellreisepunkt dann gehen wir mal schauen was uns jetzt hier erwartet muss man da nur rein die sind uns garantiert nicht freundlich gesinnt pharos militärvorräte hier sollte ich vorsichtig sein ja schwere keule dann mal schnell hoch mein freund mal schnell hoch mein freund na das hat sich jetzt mal irgendwie nicht gelohnt hier die schlafen ne die sind schlafen die sind schlafen ok sonst noch was hier ne ne ok wir können wieder von dannen ziehen der nächste punkt auf der karte der für uns von interesse wäre ist dieser müssen wir auf unsere reiterfreunde aufpassen mal hier was zu holen mal hier was zu holen keiner da ne 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 Oder? Wo geht's hin, Freunde? Zion. Hier ist auch keiner. Hier finden wir ein paar Pyros. Okay. Dieser Tempel ist sicher für alle, die zum Beten kommen. Jeder, der den Tempel betritt, steht unter meinem Schutz. Kleopatra. Ah. Ohrenbetäubende Stille. Alexandrias großen Lärm, doch ein Teil ist leise, einsam und umgeben von Wasser. Die umgestürzte Palme weist auf den Ort, an dem ich liege, wo Land und Wasser sich treffen. Eine Palme umgestürzt. Wo Land und Wasser sich treffen. Das kann ja überall sein. Okay, dann bleibt jetzt noch ein Schnellreisepunkt. Gut. Schön hier. Und sehr ruhig und einsam. Darum können wir auch mal im Gucken gehen. Eine umgestürzte Palme. Ja, müsste doch eigentlich dann hier sein, oder? Wo Land und Wasser sich treffen. Okay, hier wahrscheinlich nicht. Aber die Insel ist nicht gerade klein, also von daher... Upsala. Kannst du dir hier gepflegten Ast absuchen? Oh. Gut, wir gehen mal vorbei. Lauf geschwind, mein Kind. Wir sind schon gleich fertig. Wann weiss das raus? Die umgestürzte Palme? Na? Paros Garnision. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Okay. Da oben habe ich schon einen rumschleichen sehen. Wir haben keine Pfeile, ne? Doch, wir haben wieder ein bisschen aufgetankt. Okay. Ja, mach das. Okay. Einer geht noch da, einer geht noch da und hier oben ist noch einer. Wieso habe ich das? Was habe ich denn jetzt hier angezogen? Keiner. Was habe ich denn hier... Echt, das Ding habe ich angezogen? Ja gut. Wenn es so sein soll, dann werden wir eben mit dem Ding hier kämpfen. Hier kommt keiner lebend raus. Verlass dich drauf, Philos. Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Hey, halt die Waffe griffbereit. Wir sind zu zweit. Keiner schleicht sich unbemerkt an. Glaubst du? Ja. Komm her. Komm du mal her. Komm du mal her. Komm du mal her. Hey, was? Hä? Und du? Du? Okay. Ist weit weg. Okay. Was ist mit dem hier oben? Oder hat man den schon runtergelockt? Okay. Da oben ist Loot. Wo Loot ist, sind auch Wachen. Behaupte ich jetzt, Mann. Da hinten läuft einer. Da drin. Dann arbeiten wir uns erstmal hier oben durch. Ich glaube, da kommen wir sowieso nicht rein, ne? Guck mal. Die tragen ihre Leichen weg. Was soll man hier machen? Fall erleben. Achso, falls jemand Alarm macht. Ja, da war ja noch was. Also gut bewacht ist das hier nicht. Ist das die Frage? Ernsthaft? Gut. Jetzt wissen wir, wie wir da reinkommen. Das wird ein Unterfang. Oh. Oh, da liegt ja noch einer. Ja. Okay. Da oben ist noch eine Wache. Okay. Nein. Da bist du ja. Der läuft doch jetzt zu der Falle, oder? man muss das mal eben angucken erledigen muss man so oder so weil er macht ja nur noch rabats dann wo kommt der denn jetzt her aber er war gar nicht nein Nein! Ja, ja. Unschwert. Karbums. Sehr schön. Der ist oben noch. Okay. Wo geht der jetzt hin? Ist immer noch in Alarmbereitschaft. Ja, ich komm raus. So. Gut, wir müssen alle Türme untersuchen, weil da noch Kollegen drin schlafen könnten. Was? Hey! 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 Ich zieh' ich auf! Karbums. Was ist da? Ist der tot? Er ist tot. Ist das nicht wahr? Da müssen wir überhaupt... Lang... Lang... Okay. Das müssen wir doch schon einmal komplett rum sein, oder? Gut. Da müssen wir jetzt ernsthaft hoch. Gehst du runter, Bayek? Runter? Runter? Run... Runter ist... This one. Danke. Okay... Und da sollen wir jetzt hoch. Ja. Das kann man wohl gepflegt knicken. Wieso? Hier geht er jetzt nicht hoch. Hier geht er jetzt nicht hoch. Ähm... Ja... Springst du da rüber, mein Freund? Und? Nicht? Er macht gar nichts mehr. Ja... Und du? Das macht er. Das macht er auch. Das macht er. Das macht er. Das macht er. Das macht er. Da auch? Gehst du? Gehst du da hoch? Nein, ne? Äh... Okay... Ich glaube, wir sind hier auf der falschen Seite. Ich glaube, wir müssen auf der ganzen anderen Seite anfangen. Und uns dann einmal rund ums Haus nach oben bewegen. Komm, schaffst du das noch? Hier zum Beispiel. Hier zum Beispiel. So. Geh mal hoch. Hu hu hu. Ja. Nein! Geh mal eins runter. Geh mal eins runter. Geh eins runter. Geh eins runter. Eins runter. Nochmal. Ähm... Sind wir jetzt... Ja, die Höhe stimmt. Weiter. Okay. Kann man denn da schon rein? Dann muss wir... Ja, wir sind schon da. Okay. Jetzt bitte nicht runterfallen. Okay. Okay. Das ist die Frage, wo sollen wir hin? Tendenziell... Tendenziell wird hier sein nach oben. Gucken jetzt hier nochmal und dann gehen wir erstmal ganz nach oben. Komm, wir gehen ganz nach oben. Das sieht doch schon mal gut aus. Was? Uns fehlt da noch ein Hauptmann. What? Der oben auf uns wartet. Oh, hier ist sogar schon Schluss. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Puuuuh. Boah, 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 boah. Über uns die Etage. Gah! Hm. Wir gehen erstmal ganz runter. und schauen, was unten ist. Ansonsten gehen wir dann hier wieder das Fenster raus. Aber... Nö. Puh. 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 Würde ich sagen, machen wir das aber erst in der nächsten Folge. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche dir noch einen schönen Tag. Schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye-bye und tschau, tschau. Puh.